Willkommen zu meinem Review-Video des Nordclan Ice Cube Machine Test Winner. Diese Eiswürfelmaschine ist ein wahrer Game-Genre für jeden, der gerne kalte Getränke genießt oder Partys veranstaltet. Mit einer Produktionszeit von nur 5 bis 8 Minuten pro Batch und einer Kapazität von bis zu 14 kg Eiswürfeln pro Tag ist diese Maschine perfekt für den täglichen Gebrauch oder für besondere Anlässe. Sie sparen auch bis zu 100 Euro pro Monat, indem Sie aufhören, Eiswürfelbeutel zu kaufen und stattdessen Ihre eigenen Eiswürfel herstellen. Die Nordclan Icewürfelmaschine ist tragbar und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Stromquelle und Wasser vorhanden sind. Mit einer kompakten Größe von 30 HX29DX22W-CM passt sie problemlos auf jede Arbeitsplatte und ist ideal für Camping, Teilgarten, Bootfahren, Wohnmobile, Büros und Lounges. Die Eiswürfel haben eine hohle Mitte und sind in Form von Kugeln, die perfekt in Getränke passen und ihre Lippen nicht verletzen. Sie können auch zum Kühlen von Lebensmitteln oder als Notverleiß verwendet werden. Die Nordclan Eiswürfelmaschine ist einfach zu bedienen und arbeitet leise mit weniger als 35 dB im Hintergrund Ihrer Küche oder Ihres Büros. Sie ist auch energie- und wassersparend, da sie das geschmolzene Eis zurück in den Wassertank leitet, um es erneut einzufrieren. Die Schaumschicht isoliert die Wärme gut und sorgt dafür, dass die Maschine weniger Strom verbraucht und die Eiswürfel länger hält, was ihre Stromrechnung senkt und die Umwelt schont. Die Innenseite der Nordclan Eiswürfelmaschine besteht aus weißem, lebensmittelechtem Material ohne Geruch, was die Reinigung erleichtert und ihre Gesundheit und Sicherheit gewährleistet. Aber was sagen die Kunden? B9 Bar sagt, zunächst einmal macht die Maschine das, was sie soll. Die Eiswürfel haben eine angenehme Größe und auch, wenn man den Korb länger mal vergisst, auszuleeren, bleiben sie kalt. Trinity sagt, alle neun Minuten fallen neun kleine Eiswürfel in den Korb. Einfach perfekt. Wir nutzten es auf einem Event, wo ständig Eiswürfel gebraucht wurden. Hat alles reibungslos funktioniert. Insgesamt hat die Nordclan Eiswürfelmaschine eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 von 5 Sternen bei 898 Bewertungen. Zusammenfassend ist die Nordclan Eiswürfelmaschine ein großartiges Produkt, das schnell, einfach zu bedienen, tragbar und energieeffizient ist. Es ist perfekt für den täglichen Gebrauch oder für besondere Anlässe und wird von zufriedenen Kunden hochgelobt. Wenn Sie also gerne kalte Getränke genießen oder Partys veranstalten, sollten Sie sich die Nordclan Eiswürfelmaschine unbedingt ansehen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um sie auf Amazon zu kaufen und Ihre eigenen Eiswürfel herzustellen.